Herzlich willkommen zum dritten Coding-Video in Python in der Vorlesung Data Science. In diesem Coding-Video werden wir cheaten. Das klingt jetzt böse, wir beschäftigen uns hier mit dem K-Means-Algorithmus. Allerdings werden wir generische Daten verwenden. Das bedeutet, ich fange erst einmal von vorne an. Hier, wir importieren unsere Grafikpakete und wir importieren ein vorgefertigtes Datenset, und zwar dieses Make-Blobs-Datenset und den K-Means-Algorithmus. Und wir werden dieses Make-Blobs-Datenset einfach mal verwenden. Wir wollen 250 Sample haben, drei Features, vier Center, dann können wir hier noch ein Random State und eine Cluster-Standard-Abweichung abgeben. Und wir können uns das Ganze hier mal ansehen und eben ein Scatter-Plot hiervon machen. Das heißt, wir können uns das Ganze hier mal angucken, wie unser Daten-Blob denn nun aussieht. In der Regel ist es so, dass der K-Means-Algorithmus keine Label besitzt. Der gehört ins Unsupervised Machine Learning und wir wissen diese Dinge hier vorher eigentlich nicht. Also wir können vorher normalerweise eigentlich nicht sagen, es gibt genau vier Center, die hier richtig wären, sondern diese Center und, wie sagen wir, diese Klassifizierungen sollte der K-Means-Algorithmus für uns ja eigentlich selbst finden. Wir wissen das jetzt halt zufälligerweise vorher schon einmal. Also entschuldigen Sie mir bitte diese Vorwegnahme der Ergebnisse. Natürlich können Sie auch, wenn der Datensatz unbekannt ist, dieses Modell implementieren. Wir wissen es jetzt halt zufällig vorher schon, weil wir den Datensatz generisch erzeugen. Wenn Sie natürlich Echtdaten haben, wissen Sie das vorher nicht, also sehen Sie es mir bitte nach. Also ich wiederhole es nochmal, wir binden hier unsere Pakete ein. Wir erzeugen uns einen Datensatz mit vier Centern. Wir zeigen uns den Datensatz hier einfach mal an. Wir gucken uns den an, wie sieht der denn aus. Und dann kennen Sie die Vorgehensweise schon. Und zwar, wir bestimmen ein Modell. Wir spezifizieren das Modell, das K-Means-Modell. Und hier können wir eingeben, wie viel Cluster dieses Modell denn bitte bilden soll. Wir nehmen jetzt zufälligerweise, weil wir wissen, es sind vier, nehmen wir hier halt auch mal vier. Normalerweise müssten Sie jetzt erstmal rausfinden, wie viel Cluster benötigen Sie denn auch maximal. Und das ist gar nicht so einfach hier rauszufinden, was hier richtig ist. Wir wissen das jetzt gerade zufällig einmal. Und was machen wir hier? Wir fitten dieses Modell auf Basis der Daten, die wir eben hier haben. Dann lassen wir uns das Ganze einfach mal ausgeben. Wir gucken uns das tabellarisch einmal an. Und was wir danach machen können, wir geben uns das Ganze hier einfach mal grafisch aus. Das heißt, ich mache einen Subplot, in dem wir die Originaldaten sehen und diesen die Ergebnisse des K-Means-Algorithmus gegenüberstellen. Die Hitzekarten, die ich hier hinten eingefügt habe, spielen für den Algorithmus keine Rolle. Diese Farben sind rein willkürlich. Das ist dazu da, damit das für das Video hier ein bisschen ansehnlicher wirkt. Und ich wiederhole jetzt einfach nochmal, wir haben hier oben unsere Pakete. Sie haben hier ihre Daten. Die schauen wir uns an. Wir initiieren das Modell. Wir trainieren das Modell. Wir fitten das Modell. Und sehen uns die Ergebnisse an. Das ist die Standardvorgehensweise, welche wir auch in den weiteren Videos so verwenden werden. Seien Sie sich, ich wiederhole es gerne noch einmal, bitte bewusst, dass Sie normalerweise hier ein Unsupervised Machine Learning Modell benutzen und das hier oben in der Regel ja gar nicht wissen. Sie füttern diesem K-Means-Algorithmus in der Regel Daten in der Erwartung, dass dieser Algorithmus eben Ihnen diese Cluster zurückgibt. Und wir kennen die jetzt hier halt zufällig schon. Und ich hätte gesagt, wir schauen uns das doch bitte einfach mal an. Und bevor wir uns die Bildchen angucken, sehen wir hier so, das sind unsere Blob-Daten. So sieht das aus. Sie sehen hier, das sind hier unsere Blobs. Und dann sehen wir, okay, das ist einfach nur mal eine ganz große Liste von Zahlen. 250 auf 3. Hier sehen wir den Datensatz, so wie er generisch erzeugt worden ist. Und jetzt schließen wir das Ganze hier einfach mal. Und bevor ich auf dieses Bild zu sprechen komme, sehen wir hier unten natürlich noch die Center, die Cluster-Zentren, die dieser K-Means-Algorithmus uns ausgegeben hat. Und wir sehen hier die Label, die der Algorithmus den einzelnen Zahlen gibt. Und jetzt kümmern wir uns mal um unser Bildchen hier. Ich mache das mal groß. Hier sehen wir auf der rechten Seite die Originaldaten. Die Farbgebung hier spielt absolut keine Rolle. Die ist einfach nur dazu da, damit Sie sehen können, dass dieser originale Datensatz eben vier Label hat oder vier verschiedene Schwerpunkte hat. Und wir sehen, was der K-Means-Algorithmus daraus gemacht hat. Und wir sehen, wie dieser Algorithmus die Daten klassifiziert hat. Und wir sehen, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Und wenn Sie jetzt natürlich das hier nicht kennen, dass die Originaldaten diese vier Kategorien haben, dann haben Sie hier, ich sage mal schwarze Wiese und hier haben Sie eine Klassifikation, eine Gruppierung, die vorher nicht bekannt war. In diesem Sinne sind wir mit dem K-Means-Algorithmus fertig und ich sehe Sie im nächsten Video.